Hallo, in diesem Video eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Bildung für Blöde. Heute in der Hauptrolle Hermann Büttner, Anwalt beim Bundesgerichtshof, hat die Musikindustrie vertreten und sagt den Bezug auf das Urteil, welches wiederum besagte, dass Eltern keine Schuld treffe, wenn sie ihre Kinder bezüglich Urheberrecht aufgeklärt hätten und das Kind durchaus normal entwickelt sei, also sagte als Reaktion darauf laut Spiegel, Zitat, der Fall werfe ein grelles Licht darauf, dass für viele Eltern der Begriff Erziehungsaufgabe zu einem Fremdwort geworden sei. Während früher auch mal eine Ohrfeige nicht geschadet hat, ließ man die Kinder heute an der freien Leine laufen. Falsch! Herr Büttner ist also Anhänger der 1933er-Theorie mit Gewalt lässt sich jedes Problem lösen, wobei diese Theorie zumindest für Deutsche 1945 schwere Kratzer erhalten hat. Das Problem ist hier, während Herr Büttner offenbar gerne mal auch einen Fausttanz im Gesicht eines Kindes tanzen würde, so sieht das deutsche Recht doch etwas anderes vor. Denn dort finden wir im BGB unter § 1631 Absatz 2, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Hermann Büttner ist also mit seinen Ansichten im letzten Jahrtausend kleben geblieben. Denn zur Jahrtausendwende wurde das hier abgeschafft, die Prügelstrafe. Gut, werden sie jetzt sagen. Woher soll der Mann das wissen? Der ist schließlich Jurist. Ist ja nicht so, als wenn er was Ordentliches studiert hätte, wie Nähen, Rechnen oder Kochtöpfe schließen. Aber so ist das halt. Wenn man einen Hammer hat, dann sieht halt jedes Problem so aus wie ein Nagel. Doch während bei der Käsemilbe hier bereits Hopfen und Malz verloren ist, so besteht für sie durchaus noch Hoffnung. Wenn sie also in naher oder ferner Zukunft versucht sind, auf dem Gesicht ihres Kindes Lord of the Dance aufzuführen, so ist das nicht erlaubt. Das können sie hier mitnehmen. Und damit haben sie doch wieder mal was gelernt. Hier, man darf nicht Kinder schlagen. In einem anderen Video haben wir gelernt, man darf Hamster nicht fisten, weil das würde denen wehtun. Nur deswegen nicht. Ob man Rechtsanwälte fisten darf. Nun sagen wir mal so, ich habe im Gesetz nichts explizit gefunden, dass das verbietet. Denn der Kollege Büttner hier, der scheint doch recht schmerzbefreit zu sein. Insoweit müsste man sich eigentlich fragen, ob das nicht okay wäre. Okay.